Hit Radio FFH. Achtung, Alexa. Willkommen bei Hagebau direkt. Wie kann ich helfen? Ja, guten Tag. Hier ist Daniel Fischer. Hallo. Wahnsinn. Wie gut das funktioniert. Ich habe sie nämlich gerade über meine Alexa angerufen. Ah. Ich brauche bitte dringend eine Schneefräse, weil bei uns tobt gerade vor der Tür ein riesen Schneesturm. Benzin, Akku oder was hätten Sie da gerne? Oh, ausgerechnet jetzt muss es klingeln. Ich gehe nur mal schnell aufmachen, ja? Ja, machen Sie erst mal die Tür auf. Geht ganz schnell. Na klar, bis gleich. Achtung, hier spricht Alexa, deine persönliche Sprachassistentin. Das Smart Home Endgerät Raumluftregulator meldet eine zu trockene Raumluft. Oh. Soll Alexa jetzt die Fenster zum Lüften öffnen? Äh, ich weiß es nicht. Lass lieber zu. Weiß nicht, gibt's nicht. Also soll Alexa jetzt die Fenster zum Lüften öffnen? Nein, danke. Ich habe fein danke verstanden. Nein, danke. Alexa öffnet das Wohnzimmerfenster. Nein. Achtung, die Wetter-App meldet starken Schneefall in deiner Umgebung. Stopp. Ich habe Stock verstanden. Stopp. Ich öffne auch die Fenster im obersten Stock. Ach. Alexa empfiehlt heute Mantel, Mütze und Schal. Und zwar im Wohnzimmer. Ja. Meine Gute, wie sieht's denn hier aus? Alles voller Schnee. Alexa, bitte Fenster sofort schließen. Die wollte unbedingt lüften. Aber doch nicht, wenn draußen gerade ein Schneesturm ist. Ja, ja. Ich habe gesagt, nein. Und sie sagt, ich habe verstanden, fein. Na, habe ich gesagt, toll. Die hört genauso gut wie jeder von uns. Und wo hat die überall gelüftet? Im Wohnzimmer und oben. Obere Schatz hast du wohl auch geöffnet. Wenn meine Kinder gleich nach Hause kommen, die können hier drinnen Schnee anbauen. Sie empfiehlt Ihnen übrigens Mantel, Schal und Mütze im Wohnzimmer. Ja, ich hole auch gleich meine Winterstiefel. Dann gucken wir mal, dass wir eine Schneefräse für Sie kriegen. Wobei, ähm, ich kann Sie beruhigen. Das war alles nur Spaß. Hier ist halt Radio FFH. Ah. Wenn ich nicht gedacht hätte, das wäre ernst, hätte ich von Anfang an gelacht. Achtung, Alexa. Jeden Morgen neu in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia. Jeden Morgen.